Hörerhase Wir sind drei Schafe, also da kriegen wir mindestens ein Bett hin Sonst lief das, Alter, oh, Alter, ein Herz, ein Herz, ein Herz, ein Herz Oh, das ist jetzt aber... ...nicht schön Hallo und herzlich willkommen zum neuen Projekt Minecraft Revo Hardcore Ja, sag du mal, Smith mit Endomatischen Ingenieur als IP den gleichen Spacken wieder wie letztes Mal und ich gebe auf den Server drauf Ich auch Ja Wir sind zusammen auf dem Server Und ja, das tolle ist, ich bin im Game Mode Ich bin im Game Mode So lustig ist, ich komme und irgendwie... Moment Blöde ist, ich habe bei... Irgendwelche PC... Abspackungen Ich habe kein OP Keine OP Keine OP Keine OP Danke, trinke auch Holz ab. Wo bist du eigentlich? Ähm... Ich bin irgendwo auf dem Baum Keine Ahnung, ich baue es mal Holz ab Ahja, es ist so wie Hardcore Nur man... Wir sind im Survivalismus Nur wenn man stirbt Ist man tot Genau Und dann ist die Welt auch für einen weg Aber wenn einer von uns gestorben ist, dann... Kann der andere weitermachen und wir anderen Seiten den Kommentator So Ne, würde ich sagen Ich würde eher sagen, dass wir dann direkt aufhören, oder? Hm Würde ich sagen Ich habe einen Samen, oh Nice So Ich gehe direkt schon, äh... Richtung... nach unten Wo bist du denn jetzt mal kurz suchen, wo du bist? Boah, ich habe keine Ahnung, wo ich bin Oh, Scheiße Ähm Kann das sein, dass du gar nicht bei mir wirst? Sag mir mal deine... Ich habe mal deine... Sag... Ach, du hast mich... Ich habe mal eine Person Ne, ich bin auf dem Baum Ich habe hier den Set Wallspawn gemacht Also Wallspawn Also hier müsste es eigentlich hier gespawn sein Nein, wir werden uns auf jeden Fall noch finden Ähm... Ich nehme mal die Werkplatte mit Ich laufe immer mal zu diesen... Siehst doch diesen, äh... E-Berg Ja... Warte mal, warte mal, warte mal ganz kurz Ich sehe gerade was Okay, gut, alles easy Ich wollte mal nachgucken, ob Partcore wirklich anders ist Guck mal, wer da ist Ohhhhh Power Oh, ersten Erfolg GG Ich habe schon Getting Wood Döö Da hattest du davor das Inventar nicht geöffnet und deswegen konnte der andere Erfolg nicht erzielt werden So logisch Logisch Ich mache mir dann schon mal eine Spitzsacke Leckt es? Nein, gar nicht Ja, weil, ähm... der läuft gerade... Alles easy Der ist nicht mal... der hat noch 98% frei Ähm... so, ich würde sagen, du bekommst dich schon mal in den Runden perfekt Ich mache... ich... Ich brauche mich immer mal hoch mit diesem Andys... Andysit hier, der hier ist Und ich habe... ich habe irgendeine Warnung bekommen, aber es ist mir gerade so scheißegal Warum auf... ach ja... nein, wir müssen doch nicht auf schwer spielen Doch, es ist Hardcore, Hardcore ist aber noch schwerer als schwer, also sind wir also noch ein bisschen leichter als Hardcore dran Ja, ok, gut Hast du recht... Falsches So... Steinspitzsacke Also wir sollten soweit mal Essen holen langsam Klar, sonst sind wir am Arsch Es wird aber glaube ich Nacht, oder? Wird's nachts? Weiß ich nicht Was sind wir gerade für eine scheiß Stimme, ey? Die sind gar keine Tiere Läuft Ah, das ist nicht so gut Und man kann ja einen Hunger krepieren Wie man schon gesehen Ähm... Ich nehme mal wieder mal ein kleiner Aufschnitt bei mir Ähm... ok Das ist ein Kürbis Ähm... ja... Aber rennen will ich nicht Ich renne noch gar nicht Ich habe noch volles Leben, volles Hunger Eile! Ich habe schon drei Stück verloren Wie cool ist hier Äh... Als ich, äh... raufgegangen bin Da habe ich schon einen Hunger kreuzig verloren Ich habe 24 Kohle Das ist schon mal nice Das reicht für... 3,64er Stacks, irgendwas Ich kenne das Lava, sehe ich Aber ich sehe kein einziges Tier Und da habe ich eingestellt, dass ich Tier ausbauen kann Das wäre jetzt so nice, wenn nicht... Äh... In der nächsten Folge würde ich es so machen, wenn ich ähm... Nicht... Lizenz... Frag mal... Wenn ich lizenzfreie gehe... Also gehen wir freie Musik auf Spotify findet, welche so machen, dass ich dann die Musik währenddessen der Methode laufen lasse ich nicht live einschneiden muss Da kann ich ja einfach vom Laptop, der neben mir einfach steht, äh... den PC über Spotify bedienen Das finde ich ja eigentlich ziemlich nice Spawn Monsters ist an Spawn... Protection... So... Jetzt seht ihr... Jetzt mal eine Spitzeigerung, wo ich habe 8 in Deutschland und 24 in Schule Du kriegst das hier Spawn NPCs, ne... Spawn Animals True, ja... Muss es eigentlich sein Spawn Animals ist an So, ich mache schon mal zwei Steinschwerter Ich habe schon eins Nach München perfekt nice Ja, ver... Was ist das schon eine Spitzacke? Ja, Stein Da kann ich mir nicht mal ein Holz... Ne, Holzachs... Eine Steinarzmach, das habe ich einen Ofen, so... Ich töte erst mal, ne, ich meine... Egal, auf vermehren, wir müssen gerade erst mal richtig viel Essen suchen Ich habe schon wieder eine Scheiße, ja, werden eine Warnung bekommen Ich habe mich aber nicht... Ich mache mal kurz... Ich mache mal kurz... Fackeln, 16 Stück müssen erst mal reichen Scheiße Microsoft, Alter... So, hast du schon eine Höhle gefunden? Ne, ich habe... Ich habe hier dieses kleine Loch bei uns aus Wo wir, glaube ich, erst mal vorerst leben werden So... Ich guck mal, bei uns Dingsbiom nach... Ähm, hier... Daumsnötchen Wir sind... Ich bin gerade im Jungen River, weil ich gerade in einem Fluss bin Ja, das ist doch los Ein bisschen Kürbis Habe ich ja gerade gesagt... Ja, Paluten So, hier wird es ein Ei... Eine Väter... Und... Ich habe schon sechs, äh... Hühnchen Dings... Aber ich sind richtig viele Hühner Ich kill dir jetzt erstmal alle Dann ist ein, äh... Hier im Fichtenwald Ich süß nicht... Ja, nein... Das Hühnchen hat kurz bevor es gestorben ist noch ein Ei gelegt Läuft mal hier... Ah... Habe ich jetzt verloren Ich habe gerade wenig Nee, ich habe richtig wenig Hungerkeulen, was mir gerade scheiße gemacht Ich will jetzt erst mal Hühnchen Nee, ich will den Kürbis haben Ich will einfach mal so ein einsamer Kürbis Ja, ich meine, du kannst ja vermehren, ne? Einen Kürbis bringt vier... Kürbis... Dings... Kerne So, jetzt bin ich schon... Ich habe einen Hasen gefunden Ein Kaninchen Hiero, darf ich das als Haustier behalten? Du meinst ein Killer-Kaninchen? Genau, das Was Neues Gibt noch Schweine, ne? Die töte ich auch mal gar nicht Dann komme ich zurück Dann komme ich zurück Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen Zur Not muss ich halt das, äh... Schwein essen Sag mir nicht, dass die Festplatte wieder voll läuft Mhm Ja, kann aber nicht sein, weil... Ich spreche gar nicht auf der vollen Festplatte Ich spreche gar nicht auf der leeren Nahe Das war einfach nur halt ein paar Weil die Welt gerade irgendwie gerendert ist Habe ich grad fünf Hühnchen Was ist grad hier bitte? Ich hab neunzehn Hühnnerfleisch Das sind richtig viele Hühnnerfleisch Kili alle Sorry, wenn ich gerade richtig weit von dir weg bin Ich hab noch vier Hungerkeulen, also alles easy Ich hab jetzt hier acht Hühnchen Kohle hab ich noch gefunden gerade Ich hab einen halben Steck Hühnchen Was? Ja, und ich hab ihn grad richtig nice geguckt Nur hab halt nur noch vier Hungerkeulen, deswegen muss ich langsam mal... Aber hier sind so viele Hühnchen Ich will die alle töten Hey Kipfen Federn I want Fleisch I want meat Ne, es ist ja eher äh chicken Wohl leicht mal getrost zurück, weil wir haben jetzt genug erstmal... Hey, hier war bei mir auch grad Kohle Wenigst nervige ist, ich muss erstmal das Gras zerstören, um die Hühnchen zu töten Bruna noch mehr Aha Ich hab schon wieder ne Warnung bekommen Läuft bei dem Microsoft Ähm, nicht schnell mal grad los Hätte ich schon... Ich hab ich gesehen, du kannst nicht von mir fliegen Nein, ich auch, ich bin disconnected, äh disconnected Jot Ich wollte ja auf Kraft ganz schön umgehen und bin dann auf Dings gegangen Nice Na egal So, ich mach erstmal nen Ofen, bevor ich wirklich krippiere Mach ich erstmal direkt nen Ofen und äh So, jetzt ist ja... jetzt ist der... jetzt ist der Häft des Tages schon vorbei Jetzt komm ich auch langsamer zurück Ich hab keinen Bock zu sterben noch, nachdem ich die Kohle noch abgebaut habe Ich muss erstmal hier Richtig viel Kohle schon fahren Um den Ofen zu machen So, bin ich fertig Andes geht hoch Werkbank Ofen Zack So, Fleisch rein Und paue ich einfach mal mit Holz Ich hab nen Halmester Kühnchen in Deutschland Hier sind noch mehr äh Ähm Hier sind noch mehr Kürbisse Okay, ich bin auf der sicheren Seite Ah ja, genau, noch so ne Info zu Clash Äh, wie ihr schon bemerkt habt, kommt nicht mehr Ja Seit weinkommen ist eigentlich Moment mal kurz Ich guck mal, wann es nicht mehr kommt Moment Ähm, nein, ich hab ich glaub ich hab's noch äh Ich mein, ich hatte, ich hatte am Anfang richtig Du musstest viel, viel aufholen und ich durfte nichts mehr ablohnen Mein Kanal Moment Was haben wir hier So, Videos Ich beschwöde das Ähm, Clash Die letzte Folge auf meinem Kanal war vor Zwei Monaten Ist gar nicht mal so lange her, ne? Weil das letzte richtige Letzt-Play-Video kam bei mir Vor zwei Monaten Ne, vor allem Ja Das war der 200 Abonnenten zwischen der Zeit Alle Informationen zu Ja, das ist eines Video Weiß man vielleicht, wenn man's geguckt hat, dann kommt das leider nicht Weil, naja, volle Festplatte, hab's außerdem gelöscht, hab's unmotiviert nochmal aufzunehmen Aus dem, du hast eh eh schon fast 300 Oder 200 Ich hab jetzt genau 387, sagt mir nach hier Ich hab's mal Ich hab's 77 Aber ich bin hier noch nicht Abonnentengeil, also Ich bin hier noch nicht so wie andere Personen Hm Die Die Die, äh, nach 5 Minuten für 45 Kapiert sind Hahaha Wann hat er hier das letzte Letzt-Play-Video gebracht? Boah, es wird Nacht scheiße Ja, ich lauf grad auch schon mal schnellste Rezept hier Da! Ich renne einfach mal Fünf Tage aktiv Was? Läuft bei dem? Weiß wie ich meine Und was war das? Wahrscheinlich irgendetwas positiv bewertet oder sowas Äh, letztlich vor einem Monat Hm, nice Das war mein warme Info-Video, ne? Ja Ich hätte, wenn, 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 wenn besagte Person, dass diese Warum macht ihr euch über mich lustig, du Mama? Hahaha Ja Ja So, äh, wo bist du? Ich hab Lava gefunden Ich komm jetzt zurück Ähm, hier ist schon ne Spinne Bei euch, ich weiß ich Ja, ich bin dann zum Haus Monsterjäger GG GG Ich pack schon mal mein Essen Ich hab 39 Fehler Also wenn wir Kies finden, sind wir richtig OP Ich hab fast und stack things Und letzte wichtige Ah, das letzte richtige Das Baby bei Kampfkampf Kampfer 4 Monaten Let's train so weiter Fuck Simulator Wo bist du denn gerade? Im Haus Also in diesem Loch da Ich glaub ich seh Ne, ich, ich finde dich aber nicht Da hab ich ja Fackeln noch extra gemacht Da hinten ist die Lava, wo ich die ich gesehen hab Das heißt hier irgendwo muss das sein Ähm Habe ich auch recht Ich glaube für die nächsten Ach ne, das geht ja nicht Übrigens für Spiel auf der Version 1.8.7 Also der neueste, die im Moment draußen ist Wenn eine neue kommt, ganz klar Äh Und nehmen wir die auch Auch weil ob die fallen nicht gleich Ist mal scheiße, bezeihlich Äh, gestern ist äh Also von uns aus gesehen Jetzt gestern ist Optifern rausgekommen Und dann hat er Also am 28.06. Ja Und dann hat direkt der Leon gesagt Titi Kann ich irgendwas schreiben? Ne geht nicht, ich kann ja im Server nix schreiben Schade Du musst slash äh Mie machen Nein Meine ich nicht Doch In der Konsole musst du slash Mie dann äh Schreibst du als das Server Ja Ah ok gut Gero, ich schmeiß ein Ei hoch Ich seh dich einfach nicht Dahinten ist die Lava Ich seh's Bin du ähm Ich weiß nicht genau wo Aber ich geh einfach mal zu diesen Du siehst doch diese Steine Berge hier ne Ach da bist du da war ich auch Habe ich auch Habe ich eine Kuh abgesehen Bogen gefunden Nice Also bekommen Wo bist du? Habe ich keine Kuh gesehen Ich seh dich nicht Meinst du bist dabei ist ein Stein Biom Ja ich bin jetzt aber hier Extreme Hils Ach ich will ich weiß was ich weiß was Ich hab ich auch irgendwie Jönchen geklascht Ich komm mal schnell zu dir Hier ist sogar Schaf Der saß ein Schaf Das ist ein Schaf Perfekt für Wolle Für Betten Dann müssen wir nicht mal nachts bei den Mobs hier rumlaufen Richtig viele Creeper Was ist nun ein Hase? Hörer Hase Hier sind drei Schafe also da kriegen wir mindestens ein Bett hin Sonst lief Alter Boah alter ein Herz Ein Herz Ein Herz Ein Herz Oh das ist jetzt aber Hilf mich Hilf mich Nicht schön Kein Fallschaden Kein Fallschaden Bist du eigentlich Tatsächlich Ich brauche mich nicht mehr Ich brauche mich nicht mehr Oh ich bin richtig viele Creeper Einbauen 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 Sneaken Bist du eingebaut? Ja ich habe mich mit Holz eingebaut Ich hoffe mal dass der mich durch das Holz in die sieht Also wenn du aber damit sehe ich die Folge beenden wir schon 15 Minuten um sind Was bei der nächsten Folge klären wie du jetzt wieder zurückkommst Ja Das wäre nice Dann gehe ich mal mein Gehe ich mal in das Loch und baue da mal Ich kann da so ein Holzturm daneben bauen Ja oder eher ja also ähm Ja so oder aus Erde irgend so ein Strahl nach oben Könntest du machen in der nächsten Folge Naja ich würde sagen das war's mit der Folge Ich bin jetzt wieder voll direkt also ich kann mich jetzt eigentlich schon wieder raus bauen Ähm Nein das ist ein Creeper da brauche ich mich jetzt nicht raus Ähm naja Das war's für die Folge Leute wenn es euch gefallen hat dann lass doch Eine Bewertung bei uns beiden da schaut natürlich auch bei dem Leon vorbei Der ist wie immer in der Beschreibung verlinkt Und ja dann bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Yay Tschüss 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 Tschüss